so jetzt habe ich hier 68 solche bretter das macht 64 überlegst du da gar nicht habe es bloß gezählt ich habe ein paar sticks falls du welche brauchst weißt du was ich hau dir einfach in den dings hier rein ja ich habe auch noch 18 sticks hier sind noch mal sticks für dich silber haben wir schon 7 barren gut wenn es 18 damit was aber raus dann schmeiße ich mal kurz ein bisschen hammer rein ja und ich mache hier dabei mal fackeln ich habe jetzt hat genug fackeln für uns beide ich mache mal ganz kurz zwei eisenspitz haben oder da können wir uns nämlich weil es irgendwie was soll ich jetzt noch mal 42 fackeln drin ich werde mal ein paar steinspitz haben machen als wir nicht unter tage die wichtig wichtig witzig ja das ist so lustig ich mache mir ein eisenschwert ja ist das erlaubt oder ehrlich das ist mir so egal du hast gefunden also darfst du dir auch dein eisenschwert machen das ist ja freundlich ich habe hier noch mal sticks rein ich habe 64 die lange mir erstmal und hier warte ich tu dir noch mal in die kiste eben hier zwei da und hier ist noch eine eisen axt äh eisenspitzhacke ja ich habe hier noch fackeln rein 42 und 43 sticks ja die sticks ich habe aber auch schon jetzt habe ich schon 64 sticks die brauche ich gar nicht ich nehme mal drei chicken nuggets mit ja ich habe vier und da drin wird ja auch noch was gebraten so fünf habe ich noch ein rohes und noch ein hühnchen okay also vielleicht ein hühnchen rausnehmen wenn du möchtest recht leicht moment ich muss hier noch meine anordnung hier einstellen weil die regnet jetzt immer noch ins ei ja ich schlafe eh noch nicht bei mir ist dunkel in meinem ei ich mache immer hell so ein steg habe ich jetzt auch noch und jetzt ist mein ei wieder hell so also wollen wir uns ein bisschen äh ganz äh ich muss ganz gut meinen ei hell machen so was an der hülle wagen an der hülle wagen ja ein bisschen hier rohstoff sammeln da ist ein riesen mehr so ein bergsee da hinten ist äh zuckerrohr ja das könnte man auch nicht ja aber alles absehen oder nur um das nachwächst oder wollen wir es dann selber im alles und dann pflanz was wollen ja ich tauch noch schnell erst weil ich da das ein noch mit weißt schon kennst das ja ich bin da gerade ein bisschen enttäuscht dass es hier bis jetzt noch kein cave eingang gibt gut wir haben beide aber hier ist es geil irgendwie so ein höhlendach sozusagen aber hier ist also viel wasser und das müssen wir dann alles weg machen ein bisschen nervig wo bist du gerade ich sehe dich nämlich gerade unter diesem höhlendach ding an der anderen seite dann bin ich gerade mal hingeschwommen und sammeln hier ein ei ein ah da ist er ich bin über dir da ist noch hier ist coole soll ich dich gleich mal holen kannst du machen ich gucke mal ganz kurz ob wir irgendwo einen höhleneingang finden weiß wie ein schwein ne ja ja ich weiß schon damit wir hier irgendwie mal was finden wo wir reingehen können ich glaube die hühner die kill ich mal eben alle auf dem weg die ich finde ein paar lassen wir leben damit wir uns auch irgendwann dran locken können aber äh auch hier sind ach das meinst du mit dem höhlendach wo die lava durchfließt das mit der lava habe ich jetzt gerade nicht gemeint weil die habe ich gerade nicht gesehen also es kann schon sein mega viel kohle und lava und eine schwebende insel das jetzt verlieren wir bestimmt unser zuhause ich kenne uns doch ab ins Wasser jetzt weißt du bestimmt nicht mehr wo ich bin ne ich bin einmal da rechts um diesen Berg rumgelaufen dann durch diese kleine höhle wo die lava ist ich bin nur mehr gefallen ne das hat mich eigentlich gerade nicht gefragt ich habe mich nur gefragt wie ich hier gerade an die ähm kohle rankomme ich weiß nicht ich bin so kohlegeil ich merke schon bei mir dreht sich alles nur um die kohle Diamantenscheiß egal ob du kohle ja ja das ist das A und O ja das wird schon und ich habe einen schönen Eingang gefunden und ich habe einen schönen Eingang gefunden und ich habe einen schönen Eingang gefunden zwei ich habe einen doch keinen Eingang ja wir haben mich nur verkeiern hier der Eingang ey ah doch höh ne scheiße ich bin glaube ich wieder genau da wo wir gerade auch waren also jetzt weiß ich nicht mehr wo ich bin aber ich sehe deinen Namen gut das ist ja schon mal Anfang vierzehn kohle ich habe einen Höhleneingang wo bist du? ähm weißt du wo du die Koordinaten angucken kannst? bist du einmal um den Berg rum oder was? ja warte warte sonst könnte ich dir nämlich einfacher sagen äh weißt du wo man die Koordinaten anguckt? äh nein ja drücken wir F3 ah ja klar doch da siehst du XYZ genau ich bin auf X X 234 und auf Z 568 Z 568 Mensch 234 hast du? ja Z 200 äh X 234 und oder komm mal zu 240 ey komm mal zu 295 und äh Z 580 na jetzt sehe ich das auch mit dem äh oh das ist ja geil hier mit der Lava mit der Lava? nein ich bin ja jetzt bin ich ja grad bei der Lava aber dieses Dach da oben ist geil da könnte man kritiken was hinbauen ja muss man einfach mal gucken ey erstmal jetzt hier ein paar Rohstoffe und erstmal hier so ne Basisfil ne? sehr klar und halt das sind einzelne Erdblöcke einfach mal die in der Luft schweben ja genau da da müsste jetzt irgendwo noch ein bisschen rumlatschen noch ein bisschen rumlatschen also 236 580 du hast ja aber auch ein 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 hier Kompats im Kopf wie eine Frau warum? ich hab doch die Koordinaten hier stehen nein aber wenn du jetzt dich da verlaufen hast ach was sie hat mich doch nicht verlaufen ich orientiere mich an dem Schneebiom und dann finden wir zu Hause zu Hause schon wieder aber jetzt sehe ich mal Fahrtfinger ich lese einfach äh ich bin bei 332 300? äh 335 bin ich grad aber 235 ist schon klar ach ja? ja ja weißt du was wir treffen uns einfach am Haus ja toll und dann finde ich mich wieder äh warte mal sag mir doch einfach wo du jetzt bist und dann hole ich dich kurz ab ich bin hier grad so unter dem Baum bei einer Eiche äh und zwar bei ich bin halt so unter dem Baum der ist braum Koordinaten 286 Y äh 76 äh X äh Z 501 also warte jetzt äh 280 und 501 ja bist du auf irgend so einem hohen Berg oder unter dem Wasser? nein ich bin genau da bei der Lava sagen wir es mal so ja dann musst du raus und dann musst du ins Wasser springen ich meinst den Berg runter und dann ins Wasser springen ja genau da ist aber nichts da ist nur Wasser ja ich weiß da ist nur Wasser da ist Lehm auf ja warte ja warte so ich bin im Wasser und jetzt? ja ich warte haha ich komm immer nicht welchem Wasser bist du denn jetzt alter? bei der Lava genau wie immer ja ich bin auch bei der Lava gleich schon ja ich muss jetzt hier mal den Kompass ausmachen weil ah jetzt seh ich dich jetzt seh ich dich liebend ok auf dich auf dich auf dich also das mit den Koordinaten hast du noch nicht so ganz verstanden wo bist du jetzt hier? hab dich grad noch gesehen ich bin bei aber du bist ins falsches Wasser gesprungen glaub ich oder? ja da unten ist doch auch Wasser genau und ich bin hinter dir und nachher ich meinte aber in das Wasser da achso da ja ja da war ich auch aber dann hast du gesagt ne da bin ich falsch da kommen sie? boom do you wanna go komm dann gehts hier weiter ja und ich hoff mal jetzt find ich die Hölle auch wieder und dann müssen wir eben auch schlösser das Treffel ich wäre dafür dass wir uns einfach die Raze Miniweb auch draufziehen ja das können wir auch irgendwie mal machen hoppla sind voll hier ich hoffe du hast irgendwas zum hochbauen ja dann schmeiß ich dir was hoch äh warte das sieht hässlich aus ich schmeiß die Erde runter so hässlich solls ja nicht sein so hässlich solls ja nicht sein Erde 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 da haben wir Erde da haben wir Erde ja ich baue mal hier oben einen Klotz weg sonst stößt sie noch mal im Kopf zack dann wollen wir uns hier lang das schaut aus wie bei ähm bei Gronkh wo er seiner ersten Weltjahr hatte wo er angefangen hatte wo er dann aber abbrechen musste weil die Aufnahmen verloren gingen wie sein erstes Haus so schaut das aus ja das ist das ist das auch ich hab den Seed eingegeben ah jetzt hier ins Wasser ich hoffe jetzt finde ich die Höhle noch wieder die war nämlich hier irgendwo ich bin hier oben da 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 hinten ist er Höhle tadaa ja ich komm gleich nach fucker oh muss wieder Kohle abbauen alter ja jetzt wir es hier in der Höhle noch genug finden ich hoffe mal das ist wenigstens eine Höhle oh ja hier gehts schön tief rein jetzt Lava und da seh ich Eisen und da seh ich auch noch was oh ja wir brauchen unbedingt Craze Minimap warum denn? weißt du jetzt wo ich bin alter oder hast du dich schon wieder verlaufen? ich glaub doch ich seh die schon aber wenn ich Kohle seh dann bin ich hin und weg du hast hinter dir aber Kohle vergessen ok dann bist du ja Kohlemann und ich mach halt das wichtige ja du machst Eisen ich mach ähm ähm hier ist eh nichts da ist Kohle ich leuchte hier mal bisschen aus ich leuchte hier mal bisschen aus weil dann haben wir nämlich so da ist Kohle hier gehts hier gehts jetzt direkt rechts weiter dann können wir weiter runter hier oh fuck ich bin in die Lava gefallen nein ich find kein Wasser ja meinst du der Regen der äh ja ja der heilt mich wieder ich warte ich stopf mal kurz die Lava aus bisschen holen ja und ich klau mir mal wieder die Kohle du kennst das ja klau mir mal wieder die Kohle hier ist hier ist hier ist ich bin hier auf eine Kohleader gestoßen auf eine richtig fette Kohleader ich hab Eisen nice Eis oh ich bin runtergefallen in irgendein Stück von der Höhle Schöne Wurst warte ich komm mal das ist jetzt natürlich unpraktisch ach ich seh dich da ja hier ist jetzt Lava komm hier ist noch Kohle hier ist auch noch Kohle Kohle ja komm dass du erstmal hier rumlatschen und gucken was es hier noch so gibt und dann können wir auf dem Rückweg ja die Kohle abgrasen oder? das sieht auch geil aus guck mal hier ist so eine kleine Höhle da kommt was daraus oder was meinst du? schlechte Idee? das ist mir ziemlich Wurst ich kann das machen wie wir wollen ich bin da irgendwie nicht so ich stehe da nicht so unter Zwang mir ist das nämlich alles egal alles scheißegal du Dac-Spiel Dac-Spiel ich kann nicht mehr spiel weil es mir egal ist da ist Kohle cool das Kohle das ist das schwarze Gold hier in Minecraft oh soll ich die wir brauchen unbedingt auch noch Dynamic Lights ich bin meine ganzen Mods gewohnt ja können wir uns ja gerne alle holen oh hier ist eine Kohleader ja dann Aader du mal ich hab nämlich jetzt auch schon 13 Eisen also mit 1,64 das Deck geh ich nach Hause heute mindestens ne das wird noch viel mehr ja oh hier ist die ganzen Enderman alter nicht angucken ha 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 hast ihn erregt? ne so geil bin ich leider nicht mag mich nicht ach so stimmt gut er findet mich nicht so sehr ansonsten hätte ich gesagt ist nicht mein Problem ha 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 danke weil er wär ja nicht auf mich gegangen da bin ich ja sehr dankbar dass ich dich an meiner Seite hab denn wenn ich dann auf jeden Fall so tatkräftig unterstützen würde natürlich mental mental ja einer muss ja deine ähm Schätze äh wieder aufsammeln die du äh weißt schon fallen gelassen hast und jetzt hat äh hab ich hier grad nen kleinen Leck ha ha haben mir lagts was da los ich hab nur noch 5 Frames scheiß Platte voll hast du nicht hinten geguckt wieviel hast jetzt hab ich wieder 30 jetzt hab ich jetzt wieder komisch hä ne jetzt hab ich wieder hä was da los 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 oh Enderman ja da bin ich runter gegangen jetzt hab ich wieder 60 Frames hä ja dann gut dann äh sag ich mal kurz adios und schau kurz was mit meiner Festplatte da ist ok dann bis gleich leure haut da raus haut da raus was das ok läuft servus youtube habe die Ehre hier ist wieder euer Rothspritze mit dem Minecraft äh äh Actionfieber was auch immer hier mitten am Kohle abbauen gleich wieder am äh hier ihr kennt's glaub ich auch nicht und also wir haben eine kleine Neuigkeit ich hätte auch nicht gedacht dass jetzt ey ich seh deinen Namen hallo ich hol dich mal kurz ab äh ich hätte nicht gedacht dass es jetzt so schnell geht aber ich bin grad äh durch die Dingerns durch ein bisschen rumbuddeln und ich auf eine Mine gestupst und die wollen wir jetzt noch zusammen erforschen und ich hab jetzt auch nur am Anfang ganz kurz viel Eisen abgebaut mehr auch noch nicht und jetzt einfach mal gucken was da so uns erwartet ja und ich ich hoffe mal dass es nicht so starke Giftspinnen wie bitte ich hoffe da sind jetzt nicht so starke Giftspinnen drin ja hoff ich auch aber ähm ich wollt grad sagen ich äh ähm bau jetzt einfach hier nochmal oh jetzt wär ich fast hier irgendwo reingesprungen der Arsch Enderman guck mich richtig böse an alter Kohleblöcke ab äh ab und dann komm ich dann auch noch zu dir jetzt hab ich nämlich ja das wollte ich nämlich auch ähm das waren nämlich die Eisendinger wo ich gemeint hab sorry kannst ja alle haben nein das ist mir Wurst ich hab ja hier nochmal ein Eisen höh höh ich hab jetzt schon 41 ich hab ne Möhre alter da können wir erstmal schön die Schweine anglocken nice und hier geht's noch tiefer in die Höhle rein ja schau dir das an ja glaub ich auch zu der Mine gehen alter ja alter 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 ist an dem Enderman vorbeigegangen oder wo bist du langgegangen wie bitte bist du an dem Enderman vorbeigegangen oder wo nein nein ich bin da ähm aber wenn wir uns zusammen töten mit dem Enderman warum leckt das jetzt schon wieder bei mir weiß ich nicht ich töte mal den Enderman ach ist er weg und ich sitze hier in der Höhle und bei mir leckt es ich hab zwei Frames pro Sek- äh pro Sek- äh pro Sek- bei mir ist deine Verbindung aber gut jetzt geht's wieder jetzt geht's wieder jetzt geht's wieder nicht jetzt geht's wieder jetzt geht's wieder nicht jetzt geht's wieder nicht aber du leckst ja auch grad so ein bisschen rum ja das ist ein bisschen unsafe willst du mal gucken was da los ist aber ich hab auch ähm warte mal vielleicht ähm meine RAM zu wenig RAM ne da hab ich noch gelügend frei ich weiß nicht was los ist vielleicht spiel ich grad mit vielleicht spiel ich grad mit der falschen Java Version nicht mit der 64 Bit sondern mit der 32 kann das sein dass es dann leckt nö wenn du 64 drauf hast dann ist es auch automatisch wird die 64 ausgewählt ja ja eigentlich sollte es nicht lecken wenn du ein 64er PC hast das dann 32 leckt dann eigentlich nicht dann kannst du nur nicht auf weit spielen aber du spielst doch glücklich auf normal oder normal plus 80 hab ich gedacht ok ja bei mir lecks grad ein bisschen weil ich mein Video hochlade war nicht krass also ich kann auch alles ganz normal machen ach weißt du was in der Höhle siehst du eh nicht weit deswegen mach ich jetzt einfach mal weil ich kann auf normal drauf geschissen fertig mach drauf gering du siehst ja eh nicht weiter sind ja immer Wender hat sich der Käse hat sich der Käse ist ja nicht kommst du da ähm ja also ich hab die Kohle falls wir dann ähm na hilf mir ja hier wunna nunna falls wir wackeln brauchen wunna nunna Treppe nunna hier ist auch noch Kohle da 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 ist viel Kohle oh das ist hier ein richtig schönes Minenparadies oh hier ist ein hier ist ein ja Skelett ahaha stirb 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 Kartoffel hab Knüchlein also da sollten wir vielleicht noch nicht runtergehen das sieht mir irgendwie so alles so laverig aus das sieht mir auch mal erstmal hier raus sollen wir erstmal hier die Minenschächte weiter erkunden hier ist auch zu ändern warte ich wär mal dafür dass wir die wo man wo man schon drin war dass wir die so verschließen hey hier ist noch ein Smaragd abgebaut hol dir den Smaragd ich baue hier Holz ab das ist das wichtigste die Scheiße auf Diamanten nimm das Holz mit ich mein wo findest du in der ich mein wo findest du unter der Erde schon Holz das ist dann besonders ja das ist ganz besonderes Holz wollte ich nicht grad sagen wo ich jetzt verarschen ist das jetzt hier schon wieder zu Ende oder was sieht mir nämlich grad so aus als wäre das hier nämlich schon zu Ende was kann doch nicht sein also der die Mine ist doch nicht so klein jetzt hast du das Holz hier weggemacht und ich wollte hier eigentlich sagen hier nicht landen hier nicht landen hier sind wir schon durch gewesen so tüss tüss ach ne da oben gehts weiter haha ist er verblind ach das ist doch hier ein komisches Gelände oder was ja bei mir läckts grad wie gestört too lecker alter das ist nicht schön das macht keinen Spaß und was jetzt ich weiß es nicht eine Pause und gucken was da los ist ok dann machen wir eine Pause und gucken was da los ist ok dann machen wir eine Pause und gucken was da los ist hier ist ne Giftspinner die kill ich noch ok dann kill sie tüss davon werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so viel sehen aber ok naja ich komm da warte warte bevor du ausmachst ich komm noch zu dir ja ja Trollmaster wo ist er da ist er hier jetzt sehe ich ja mit meinen zwei frames per second brauche ich 20 Jahre bis ich mich umdrehe da ist er noch der Trollmaster und dann sagt er auch noch tschüss der Trollmaster haut rein leute bis zum nächsten mal haut raus leute bis zum nächsten mal ha e ha e ha e ha e ha e